Hey Leute, ich bin's, Mac Paperec. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr den Skoda Citigo Not entriegeln könnt, bzw. Not öffnen könnt, wenn ihr den Kofferraum nicht mehr aufbekommt. So, als erstes müsst ihr dazu die Rücksitzbank nach hinten klappen, das macht ihr hier an dieser Stelle und dann gelangt ihr auch schon hier zum Kofferraum. So, hinten am Kofferraum jetzt angelangt, da müsst ihr hier zu diesem Schlitz, und dann könnt ihr hier euren Schlüssel nehmen, oder irgendeinen anderen Gegenstand, den ihr habt, dann führt ihr den hier ein, dann müsst ihr das einfach nur betätigen. Einfach hier so rüberschieben, reindrücken, rüberschieben, und dann geht die Heckklappe schon auf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen, wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir, sagt bis dann, euer Mac Paperec.